Der Dachboden des Al-Katala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazal-Krankenhaus in Ur-Sextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Al-Katala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Katala an uns Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Padiris, mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Katala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Trice übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Wir müssen zum Ende der Straße. Albert Kilometer. Ich lauf mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Griggs. Immer. Mann, mich Alex. Keine Einheimischen. Guckt nicht mich an. Hast du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Geschwisterk. Anna. Geh mir los, Alex. Diemendorfs. Bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind dir kaum von den Bösen zu unterscheiden, verfickter Scheiße. Diemann 1-2. Viper 3-4. Viper, wo sind sie? Viper rückt nach Norden zum Kontrollpunkt Humar vor 1-2. Verstanden. Treffen uns in einer Minute an der Kreuzung. Einkämpfer, Vollköpfe. Nehmt das! Hohoho! Gang 6-Volk durchwischen, Baby! Stolzvertrette in dem Alkofen, Sergeant. Wie sieht's aus, 3-1. Kannst du sie entschärfen? Bestätigt. Bin dran. Die Fischung. Diemann. Schleife zerstimmt. Weiter geht's. Holge den Konvoi und bleib nicht dran. Rauchwerfen und flankieren. Oben, auf der Erhöhung. Bewegung, Bewegung. Los jetzt! Los, der Städte! 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 Ros, der Städte! Kaffee, kaffee, kaffee! Es ist los! Verstanden, Gregs. Wir haben geschlossen, sicher! Achtung, fallen auf der Treppe! Wir sind hier schon schön vor! Dann hört sich mal ein. Pass auf dich auf! Sicher, tankt! Weiter zum zweiten Stock! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Verstanden! An alle Teams! Stoßen Sie zum Konvoi! 7-1-2 an Red Hammer 7! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Erwitzen sofortige Unterdrückung! Hofer! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Super! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen. Schauen Sie sich mal ein. Der Rampart, wir werden von Truppen am Südeingang. Weckvor ist gesichert. Wiederhole, Weckvor gesichert. An einer Niemen darfst. Weg ist frei. Grünes Licht zum Vorrücken. Hurra! Die Kastrauslobby ist unter Einstiegspunkt. Der Kastikantenhauseeingang scheint gefessigt zu sein. Raketenörfer! Nach dem Feuer unterm Hintern. Sieben 1.2. Weckvor ist gesichert. Wiederhole, Weckvor gesichert. An einer Niemen darfst. Weg ist frei. Grünes Licht zum Vorrücken. Hurra! Die Krankenhauslobby ist unter Einstiegspunkt. Sichtkontakt zum Krankenhauseeingang. Scheint gefessigt zu sein. Da krieg's Kastrauslobby ist unter Einstiegspunkt. Feuer unterm Hintern. Die Kastrauslobby ist unter Einstiegspunkt. Sie sind fest! Sie sind unter Einstiegspunkt. Sie sind unter Einstiegspunkt. Sie sind unter Einstiegspunkt. Da ist eine bei der Säule! 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 Hey! Quiet Einstein! Hey! Da ist eine bei der Säule! Da ist eine bei der Säule! Da ist eine bei der Säule! Ich lade nach! Unter! Unter! Andere! Er ist eine bei der Säule! Das ist eine bei der Säule! Das ist eine bei der Säule! die versuchen uns von etwas fern zu halten das steht verdammt fest das ist eine verschissene reichen könnte ein hinterhalt sein eine verschissene bewegung setzt sich verdammt noch mal die man drei hier ist 12 wie ist der status vor 3 1 1 2 an die man drei bitte kommen die man drei antwortet nicht finden sie sie auch Wir sind glücklich von uns! Gebt mir Deckung! Es ist gesichert! Gute Arbeit, Deckung! War mir ein Vergnügen, Sergeant! Neuigkeiten? Von 7.3? Nichts! Und das Zimmer! Roger! Entschuldigung! Halt! Kamerabra... Ihr seid machtlos! Man hat euch geschickt, um mich zu töten! Und ihr sterbt für eure Bomben und eure Kriegstfangerei! Was siehst du, Dreiein? Wie ihr uns weiterhin mit euren Raketen und Kugeln beschießt, werden wir unsere Messer in euch rammen! Als Vergeltung! Wie ist die Lage? Rick! Wolf identifiziert! Drei Marines als Geisern! Er wird sie töten! Wir müssen rein! Man geht sich von hinten! Ich geh vorn rein! Alex, nimm das Fenster! Ich suche mir einen anderen Weg! Verstanden! Tür voraus! Briggs, wir gehen rein! Und ich bereit! Halt! Demon bereit! Fass den Bastard lebend, Alex! Nicht erschießen! Nur festhalten! Sicher! Wir sind da, Bruder! Alles gut! Alles klar, Alex? Gut, Briggs! Omar Suleman, sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit! Tun sie, was ich sag! Oder sie sind tot! Sehr gut! Alle Demon-Teams, Marines sicher! Der Wolf ist im Sack! Bringen wir ihn zur Botschaft! Abonniert mit kleinen Denkken! Ich bin jetzt im Sack! Ich bin jetzt! Und das war, das war, das war, das war, wenn wir uns heute. Was hat? Das war, das war, das war.